endlich geht es wieder los und wir können einfahren ja hallo kupfi glück auf möchtest du auch unter tag einfahren richtig du hattest ja reserviert dann gehen wir direkt in den umkleideraum und machen uns bereit so kupfi hier bekommst du eine schutzausrüstung einen regenmantel einen helm und wir steigen dann auf die gruben fahren kommt auch ihr vorbei und besuchen uns bis bald landesmuseum perebau standort brettau